Crouch! Point! Zert! Neun! Ja, wir sind heute hier auf der Bürgerwiese. Heimspiel, erstes Spiel der Rückrunde. Zuhause auf der Bürgerwiese gegen die Spielgemeinschaft Ingolstadt-Regensburg. Verbandsliga Bayern. Wir stehen momentan einigermaßen gut da, müssen aber das Spiel jetzt unbedingt gewinnen, weil, sollte man es verlieren, rutscht man im Tabellenkeller und das wollen wir natürlich vermeiden. Also, bevor wir jetzt anfangen zu spielen, erstmal danke, dass schon so viele da sind. Gegner ist auch heiß, wir schenken uns nichts, viel Spaß, auf geht's! Wie oft trainiert ihr? Seinmal die Woche, Dienstag, Donnerstagabend, 19 bis 21 Uhr im Riese-Sportpark draußen. Genau, wer sich dafür interessiert, einfach vorbeikommen, Sportsachen einpacken, braucht keine Vorerfahrung. Drei, drei! Es gibt auch Kinder- und Jugendmannschaft. Seit wann habt ihr die? Genau, die haben jetzt ungefähr ein Jahr, Training immer donnerstags, auch im Riese-Sportpark, von sechs bis halb acht. 2013 haben wir angefangen, war es eine lockere Hobby-Freundemannschaft, wo es immer weiter und mehr entwickelt hat. Wir haben immer mehr Spieler ins Training, und jetzt sind wir hier mit 22 Mann in der Verbandsliga. Das ist eigentlich was komplett anderes, wie Fußball, Basketball, Handball, wie man kennt. Das Wichtigste ist, ich darf den Ball nur nach hinten passen, will aber trotzdem nach vorne und Punkte erzielen. Am besten einfach beim Spiel zuschauen, ins Training kommen, landen wir am meisten. Das ist die vierte, die Parких, diese in der Vergangenheit am nächstenundert. Das war Pazen, das war Pazen. Das war Pazen, das war Pazen, das war Pazen, die begonnen haben. Die Krimge ist aber auch einig, wenn Sie die Krimge raus hatten, und dann Shingga war Pazen. auch die Krimge, die Sakri-Suche. Sie sind eine Ausgabe, die Krimge finanzieht und die Krimge unsere Krimge, die Krimge haben, die Krimge sind, die Krimge in der Ukraine, Vielen Dank.